Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Audio-Verbesserung. Diesmal geht es um Sprache und um euer Mikrofon und ich werde euch zeigen, wie man in OBS Studio in Echtzeit und Live Effekte einbaut, wie man sie einstellt, damit eure Stimme klanglich viel, viel besser herüberkommt und wie man auch Nebengeräusche entfernen kann. Und zum Schluss gibt es noch ein kleines Schmankerl, einen Trick in Audacity. Ja, warten wir es ab. In diesem Video wird es darum gehen, wie wir unser Mikrofon klanglich im semiprofessionellen Bereich verbessern können. Dazu werden wir die Filter aufmachen und es wird um folgende Punkte gehen. Einmal um den Gain, also die Eingangslautstärke, die Rauschunterdrückung, den Noisegate, ein optionales VST2 Plugin und den Kompressor. Doch bevor wir an dieser Stelle weitermachen, vergewissern wir uns im Betriebssystem, wie unsere Aufnahmequellen geschaltet und verwaltet sind. Da gibt es zwei wichtige Punkte. Einmal Sound und einmal den Audio-Manager. Ich habe einen Realtek HD Audio-Manager, viele wahrscheinlich von euch auch, doch kommen wir erstmal zu dem Punkt Sound. Unter dem Reiter Aufnahme seht ihr alle Aufnahmequellen, die hier aufgelistet sind. Wenn ihr nur ein Mikrofon habt, dann wird dieses Mikrofon, wenn ihr es angeschaltet habt oder eingesteckt habt, auch hier erscheinen. Ich habe drei Stück. Einmal welches über ein Mischpult läuft, dann über die Webcam und einmal ein analoges. Und da möchte ich als erstes drauf eingehen. Denn falls ihr über analog noch aufnehmen solltet, also die rosa Buchse, ist es wichtig, dass ihr unter Verbesserungen alle Soundeffekte deaktiviert. Mehr braucht ihr nicht machen, außer die Mikrofonvorverstärkung auf Null setzen. Das ist ganz wichtig. Denn habt ihr ein qualitativ nicht so gutes Mikrofon, so wird auch das Rauschen verstärkt. Also, Verbesserung, alle Soundeffekte deaktivieren und die Mikrofonvorverstärkung auf Null Dezibel einstellen. Aber vergewissert euch, dass das alles abgeschaltet ist. Kommen wir zum zweiten Punkt für die analoge Aufnahme über Mikrofon. Das findet ihr auch unter Systemsteuerung und das ist der HD Audio Manager. Bei mir ist das der Realtek Chip auf dem Gigabyte Mainboard. Je nach Mainboard kann dieses Frontend anders aussehen. Wir gehen auf Mikrofon analog auf die Einstellung und schauen, welche Effekte hier eventuell an sind. Die müssen alle ausgeschaltet sein. Also Rauschunterdrückung, Nachheilunterdrückung, Richtcharakteristik und hier nochmal die Mikrofonvorverstärkung, die man hier in 10er Schritten auch erhöhen kann. Die Aufnahmelautstärke ist nicht so wichtig, die lässt sich ja über OBS sowieso separat regeln. Also wichtig ist, dass dies alles abgeschaltet ist, wenn ihr über die Frontseite oder auf der Rückseite eure Mikrofonaufnahmen macht. Warum erzähle ich das? Würden diese Dinge alle eingeschaltet sein oder vielleicht nun auch die Rauschunterdrückung, weil man denkt, ma, das ist doch gut. Das braucht es nicht, weil es sind spezielle Algorithmen und in Verbindung mit den Filtern in OBS kann es ganz komische Effekte ergeben. Also Glucksen habe ich schon erlebt oder auch irgendwelche Pumpeffekte in der Lautstärke. Also bitte alles abschalten. Zurück zum Punkt Sound unter der Systemeinstellung, Reiteraufnahme, sind auch USB-Schnittstellen geführte Mikrofone aufgeführt. Hier gibt es keinen Reiter über Verbesserung. Da brauchen wir auch gar nicht drauf achten und auch gar nichts einstellen. Denn das macht der Treiber und die dazu eventuell gelieferte Software. Hier, das ist mein Mischpult bzw. ich habe es AG06. Das ist ein USB-Mischpult und darüber habe ich mein Analog-Headset eingesteckt. Das werden wir uns jetzt mal kurz angucken. Und zwar dieser kleine USB-Mini-Mixer mit sechs Kanälen. Und hier seht ihr, hier habe ich mein Headset angeschlossen. Zu dem Headset gab es auch noch einen USB-Adapter mit dazugehöriger Treiber und Ansteuersoftware für irgendwelche Surround-Geschichten, die ich aber nicht benutze, weil das ist mir dann zu viel Treiber und zu viel Ansteuersoftware, würde ich mir ein USB-Mikrofon wie hier, man kann das hier schön erkennen, auch noch anschließen, wieder über einen weiteren USB-Port in den Rechner. So bräuchte ich auch wieder Treiber und Ansteuersoftware. Und das ist für mich persönlich ein bisschen zu viel an Treiber und USB. Deswegen habe ich mir eine flexible Alternative ausgedacht und das ist dieses USB-Mini-Mixer-Teil mit nur einem USB-Ausgang. Vorteil davon ist, ich brauche nicht nur hier ein Headset anschließen für Streams oder für Let's Plays, sondern für richtig gescheite Sprachaufnahmen habe ich hier auch eine XLR 6,3 Klinkenbuchse. Das heißt also, ich kann richtig professionelle Mikrofone anschließen. Ich habe ein Gesangsmikrofon, da mache ich dann meine Sprachaufnahmen mit und des Weiteren gibt es ja noch so viele Features hier. Hier zum Beispiel ist eine Buchse für ein Tablet oder für ein Handy, Smartphone, Android-Geräte. Dann kann ich hier einen CD-Spieler anschließen, also es ist ein Line-In. Dann kann ich hier meine Instrumente anschließen, Keyboard habe ich ein paar und auch eine E-Gitarre. Und hier gibt es noch eine Effekt-Sektion. Also es ist sehr, sehr flexibel das Ding. Und ich brauche, wie schon gesagt, nur einen Treiber und eine Ansteuer-Software. Und die zeige ich euch jetzt mal hier. Und dies ist meine Ansteuer-Software für das Mischpult. Das nennt sich AG-DSP-Controller. Die haben wir für Kanal 1 und Kanal 2 Kompressoren einstellbar und auch Equalizer einstellbar. Dann haben wir hier noch eine Effekt-Sektion, die ich eigentlich gar nicht benutze. Und der Vorteil auch darin ist, dass ich hier meine ganzen Bänke hier speichern kann. Also meine Einstellungen, die ich hier gemacht habe oder hier im Kompressor. Der Vorteil davon ist, wenn ich wieder zurückgehe zu meinem Mischpult hier. Der Vorteil davon ist, einmal eingestellt werden hier die Daten, die ich im Computer eingestellt habe, hier in das Mischpult hineingespeichert. Ich kann es mitnehmen und irgendwo anders ausprobieren mit den fest gespeicherten Daten bzw. Effekten in diesem Mischpult. Jetzt zurück zum OBS-Studio. Schneidet eure Kopfhörer oder Headsets auf, denn jetzt wird es wirklich audiovisuell. Also auf der linken Seite habe ich hier ein Analyse-Tool eingebaut. Da könnt ihr hier sehen, wie laut das Ganze ist. Das ist hier die Höhe und welches Spektrum an Frequenzen hier angezeigt werden. Das braucht euch eigentlich gar nicht interessieren, weil das ist jetzt nur als visuelle Unterstützung. Damit ihr Filter einbauen könnt und auch Effekte, braucht es natürlich ein bisschen Vorkenntnisse von OBS, wie man Szenen erstellt und die dazugehörigen Quellen. Ihr seht hier schon ein paar Quellen. Doch es geht ja eigentlich um die Mikrofonaufnahme, die ich jetzt aufmache und zwar mit dem Rechtsklick. Dann sehen wir hier Filter und dann haben wir hier schon einige Filter drinnen. Die kann man also sozusagen auch mit diesem Pluszeichen hinzufügen. Da gibt es nur ein paar. Gain, Kompressor, Noisegate und Rauschunterdrückung. Die habe ich schon mal hier alle vordefiniert, aber nicht alle aktiviert. Ich werde sie jetzt mal alle deaktivieren und dann hört ihr nochmal zu. Ganz genau, was dann passiert, wenn ich sie alle deaktiviere. Bis auf dieses Analyseteil, das lasse ich dann an. Acht Punkt. So, jetzt ist alles deaktiviert und meine Stimme wird sich natürlich leiser anhören und nicht so qualitativ gut mit einem Rauschen im Hintergrund, wenn ich gerade mal eine Pause mache. Woran liegt das? Ja klar, wir haben die Filter ausgeschaltet. Gehen wir mal auf den Gain-Filter und dafür werde ich jetzt mal hier wieder die nötigsten Effekte wieder einschalten. Achtung, ich werde jetzt mal einen Test machen und zwar ist das die Eingangslautstärke des Mikrofons. Auch so als eine Art Vorverstärkung fürs Mikrofon. Klicke hier drauf, aktiviere den Gain und jetzt bin ich ein bisschen lauter. Das kann man hier natürlich auch einstellen. Ein Richtwert ist ungefähr 6. Wenn es zu laut wird, Achtung, 1, 2, 3, 4. Na ja, kann es zu Übersteuerung kommen. Wenn ihr allerdings zufrieden seid mit der Lautstärke, mit der Eigenlautstärke des Mikrofons, dann braucht ihr diesen Gain gar nicht einfügen. Könnt ihr auch auslassen oder ganz weglassen. Kommen wir zur Rauschunterdrückung. Die Standardeinstellungen sind minus 30 Dezibel. Man kann diese Rauschunterdrückung auch optional einstellen. Ich habe sie aber ausgelassen, weil wenn ich jetzt weiterrede und ich mache sie jetzt mal an und ich rede jetzt weiter, dann werdet ihr wahrscheinlich feststellen, dass diese Rauschunterdrückung sehr viele Höhen wegnimmt. Das mindert die Qualität unheimlich, finde ich. Und das ist nicht so ein toller Filter in OBS. Deswegen die Rauschunterdrückung am besten weglassen hier. Und wenn ich weiterrede, hört sich meine Stimme wieder klarer an. Kommen wir zum Noise Gate. Da muss ich allerdings noch den Kompressor ausschalten, damit es klar wird, wie das funktioniert. Das Noise Gate ist nichts anderes als eine Art Hintergrundgeräuschfilter. Ja, zum Beispiel ihr habt einen ziemlich lauten Lüfter oder es fährt ein Auto an eurem Fenster vorbei, ihr habt das Fenster aufgekippt, wie jetzt zum Beispiel, gerade bei mir. Das wird dann nicht aufgenommen. Wenn ich das Noise Gate jetzt abschalte, dann seht ihr auch schon hier in der Grafik, dass es rauscht. Und ich werde jetzt mal schnipsen mit den Fingern. Das ist jetzt direkt vom Mikrofon. Und das ist jetzt mit ausgestreckter Hand. Nochmal zum Vergleich mit eingeschaltetem Noise Filter. Dann ist es leiser. Zur Beschreibung des Noise Filters, ganz einfach. Wir haben hier einen Schließen-Schwellenwert und einen Öffnen-Schwellenwert. Also alles, was lauter ist als minus 40 Dezibel, dann fängt das Noise Gate zu öffnen an. Und alles, was leiser wird als minus 50 Dezibel, wird wieder geschlossen. Also kommt kein Geräusch mehr durch. Dann gibt es hier noch die Attack-Zeit, die Hold-Zeit und die Release-Zeit. Die habe ich sehr kurz bzw. sehr klein eingestellt, weil, ihr seht jetzt, ich spreche jetzt absichtlich so, damit man hören kann, wie sich das Schließverhalten und das Öffnungsverhalten des Noise Gates verhält. Je nachdem, wie empfindlich euer Mikrofon ist oder wie weit ihr vom Mikrofon weg seid, müsst ihr hier ein bisschen an diesen Schwellenwert-Geschichten arbeiten. Achtung, das knackst ein bisschen, müsst ihr rumprobieren. Aber diese Attack-Zeit, Hold-Zeit und Release-Zeit, die könnt ihr so beibehalten. Das ist jetzt so eine Hausmarke von mir. Kommen wir jetzt zum Kompressor. Gehen wir hier drauf und ich aktiviere den Kompressor. Der ist jetzt eingeschalten. Und wenn ich jetzt unterschiedlich laut oder unterschiedlich leise rede, dann verbessert sich die Lautstärke im Volumen, also im Klang. Laute Stimmen werden sozusagen leiser gedrückt durch den Kompressor und leise Sachen werden ein bisschen angehoben in der Lautstärke. Das könnt ihr hier zum Beispiel hier an diesen Einstellungen sehen. Verhältnis 20 zu 1 nennt sich das, inwieweit das verstärkt oder abgeschwächt werden soll. Dann gibt es hier noch die Schwelle, die steht auf minus 18 Dezibel. Ja, und dann der Angriff ist auch auf 6 Millisekunden eingestellt. Also das Ding soll schnell reagieren und die Freigabe nach 60 Millisekunden, also auch schnell reagieren, damit die Stimme bzw. das Signal rechtzeitig unterdrückt wird, wenn es zu laut ist oder auch das Leise ein bisschen angehoben wird. Dann auch hier der Ausgangspegel mache ich auch mal ein bisschen jetzt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist klar. Das ist die Endlautstärke. Die Schwelle, dieser Punkt, die Schwelle ist auch sehr wichtig. Ich werde die Schwelle jetzt mal runternehmen. Es kann ein bisschen knacksen. Man kann also eine Radiomoderatorgeschichte machen, also mit extrem unterdrückter Lautstärke. Oder man kann ein bisschen natürlicher einstellen. Und da ist dann auch meine Hausnummer minus 18 Dezibel. Jetzt werde ich nochmal zum Vergleich alle Effekte rausnehmen, während ich spreche. Okay, den Gain lassen wir mal an. Und wie ihr hört, Hintergrundrauschen. Und jetzt werde ich mal meine Hände reiben und gehe vom Mikrofon gleichzeitig weg. Das ist, glaube ich, gut zu hören. Dann werde ich das Noisegate einschalten, um das nochmal zu erklären. Hände reiben, Achtung. Na, man hört es ein bisschen. Jetzt war ich eben ganz weit vom Mikrofon weg. Also hat man so die Hintergrundgeräusche herausfiltern können. Ja, und wie schon gesagt, der Kompressor, eine super Sache. Ja, und jetzt kommen wir zum VST2-Plugin. Das nennt sich TDR Nova. Da gehen wir hier drauf. Und wo ihr das runterladen könnt und wie ihr es installiert, das seht ihr jetzt. Es gibt viele VST2-Plugins, die man im Netz runterladen kann, auch kostenlos. Doch die meisten sind wirklich Murks und sind lang nicht so intuitiv behandelbar, wie zum Beispiel hier die von Tokio Dawn. Hier oben ist die Adresse, wo ihr die finden könnt. Und ich werde es auch in den Beschreibungen nochmal anfügen. Und für unsere Zwecke, für diesen dynamischen Equalizer, der sich TDR Nova nennt, scrollen wir ein bisschen runter. Und dann sehen wir ihn. Hier gibt es zwei Versionen. Einmal die kostenlose Version und einmal die Gentleman's Version für 50 Euro. Das sieht man schon. Hier gibt es sechs Bänder und hier bei der kostenlosen Version gibt es vier Bänder. Und diese Gentleman's Edition hat noch ein paar Features mehr. Doch für unseren schmalen Geldbeutel reicht unsere kostenlose Version. Dann klicken wir auf Free Download. Und dann macht sich ein neues Fenster auf. Und wir sehen hier schon mal ein paar Screenshots für diesen schönen Frontend hier, welches wirklich intuitiv bedienbar ist. Und scrollen wir weiter runter, können wir auch schon hier einige Versionen runterladen. Beziehungsweise hier gibt es einen Windows-Installer. Dann einen Windows-No-Installer. Das bedeutet also, hier habt ihr das reine Plugin, welches gezippt ist. Und ihr das dann manuell in den C-Programme-Ordner hineinschieben müsst, weil da nämlich OBS automatisch nachsucht, ob da VST-Plugins installiert sind. Dann für Macintosh, also für Apple-User, gibt es dann hier auch noch eine Version zum Runterladen. Und eine Bedienungsanleitung in Englisch. Damit beim Neustart von OBS-Studio auch alle VST-2-Plugins erkannt werden, müssen diese unbedingt auf der Systempartition unter Programme installiert sein. Das sieht dann folgendermaßen aus. Hier sollte es einen Ordner geben, der hier genauso bezeichnet ist, wie ich hier diesen bezeichnet habe, wo meine ganzen VST-Plugins drin sind. Und hier ist auch der TDR Nova drin. Den machen wir jetzt mal auch mal auf. Und hier unter VST-2 war vorher noch eine 32-Bit-Version drin. Bitte die herauslöschen, denn dann kann es nämlich zu Komplikationen in OBS-Studio kommen. Dann werden die nämlich zweimal dargestellt und die 32-Bit-Version dieses Plugins würde dann nicht laufen. Und dann gibt es eine Fehlermeldung oder ein Crash bei OBS-Studio. Falls ihr den Windows-Installer runtergeladen habt und dann das VST-Plugin darüber installiert habt, bitte checkt doch noch mal auf eurer Systempartition unter Programme, VST-Plugins. Dort, dass TDR Nova drin ist. VST-2 und nur als X64-Version, wenn ihr natürlich einen X64-Rechner habt, also einen 32-Bit-Rechner. Das TDR Nova-Plugin ist wirklich ein professionelles Tool und auch in den Credits kann man sehen, wer hier alles daran beteiligt ist. Auch die ausführliche Bebilderung mit der Beschreibung ist schon wirklich gut. Zwar in Englisch, da müssen wir mal ein bisschen dran arbeiten, doch ich werde nachher auf die grundlegendsten Funktionen dieses herrlichen Tools nochmal drauf hinweisen und euch auch zeigen. So, nachdem ihr OBS wieder neu gestartet habt, werden die VST-Plugins erkannt und sollten hier aufgelistet sein. Achtung, ich habe natürlich jede Menge hier. Ihr werdet auch sehen, dass ich hier zwei VST-2-Plugins drauf habe. Das liegt daran, weil ich jetzt gerade über mein dynamisches Mikrofon aufnehme, welches im Mikrofonständer ist. Und das ist sozusagen das fürs Headset, was ich habe. Jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Ich öffne mal die Schnittstelle, also das Plugin. Und hier ist es. Wir sehen, es ist sozusagen ein Equalizer. Und zwar ein dynamischer Equalizer. Den könnt ihr einsetzen, falls euer Mikrofon zu hell klingt oder zu dumpf. So kann man dann hier über die Kurve die Frequenzgänge einstellen, die verstärkt werden sollen oder abgedämpft werden sollen. Hier sieht man zum Beispiel, in den unteren Frequenzen habe ich ein bisschen angehoben und in den hohen Frequenzen habe ich auch ein bisschen angehoben. Das ist bei meinem dynamischen Mikrofon vonnöten, weil es ist im Original sehr dumpf. Ich werde es mal ausmachen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, check, check, one, two. Das hat sich natürlich anders angehört, als die jetzige Stimme. Wie es funktioniert, das geht alles in Echtzeit. Ich werde mal den Low Pass, also die tiefen Frequenzen jetzt mal öffnen, beziehungsweise die hohen Frequenzen schließen. Eins, zwei, drei, check, one, two, one, two, check, 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 chill. So, ihr habt gehört, dass ich dann sehr dumpf geklungen habe. Das gleiche können wir mit den hohen Frequenzen machen. Ich werde jetzt den High Pass durchlassen. 1, 2, 3, 4, check, 1, 2, die Katze tritt die Treppe, die Treppe tritt die Treppe. Ja, das war das. Und ihr werdet wahrscheinlich festgestellt haben, dass hier diese Kurve sich ein bisschen nach unten beugt. Ja, das ist ein Vorteil von diesem Plugin. Ich kann das Ganze, und jetzt werde ich ein bisschen zischeln, je höher die S-Laute sind oder die hohen Frequenzen, dämpft dieses Plugin diesen Frequenzbereich automatisch, den ich hier so angegeben habe. Also hier in dem Bereich von 5 Kilohertz bis 40 Kilohertz. Die Essing nennt sich das übrigens 1, 2, 3. Dann hört sich das vom Klang her natürlicher an und angenehmer. So, jetzt mal wieder den Threshold hier einstellen. Den könnt ihr hier auch mit diesem Regler auf empfindlich stellen, also auf empfindlicher, und zwar hier in diesem Höhenbereich. Jetzt gehe ich mal richtig auf super empfindlich. So, das ist jetzt, dann hört man die S-Laute jetzt sehr gedämpft. Das ist eine ganz gute Klasse für dieses kostenlose Plugin, finde ich. Man kann auch hier die einzelnen Bänder solo schalten. Das heißt also, ich drücke mal hier auf Bandsolo. Und dann hört man eigentlich im Grunde genommen nur eine ganz helle Stimme. Dann hört man hier so die parametrischen Mitten im unteren, eben im höheren Bereich, also die parametrischen Höhen. Und dann hier die parametrischen Mitten. Und hier ganz dumm. So. Also wer der englischen Sprache so einigermaßen mächtig ist, der kann ja in dem Bedienungsmanual lesen, was die einzelnen Buttons und Regler für Funktionen haben. Wenn ich das noch weiter hier erkläre, das würde hier den Rahmen sprengen. Dieses Teil ist sehr gut für die klangliche Färbung und Verbesserung der Stimme oder bei schlechten Mikrofonen da noch ein bisschen mehr Klangqualität rauszuholen. Wie ihr wahrscheinlich bemerkt habt, habe ich mit unterschiedlichen Mikrofonen aufgenommen. Ich habe einige Aufnahmen mit dem Headset-Mikrofon gemacht und die Live-Aufnahmen zur Erklärung der Filter habe ich mit dem dynamischen Mikrofon aufgenommen. So, und jetzt machen wir einen Trick. Und zwar in OBS machen wir ein paar Sprachaufnahmen. Also hier steht da schon auf Aufnahme. Die werde ich jetzt stoppen und mache eine Sprachaufnahme. Hallo liebe Freunde, heute ein paar Zungenbrecher. Der Leutnant von Leuten befahl seinen Leuten nicht eher zu läuten, bis der Leutnant von Leuten seinen Leuten das Leuten befahl. Die Katze tritt die Treppe krumm, die Treppe tritt die Katze krumm. Vielen Dank. Und jetzt kommt der Trick in Audacity. Und zwar können wir diese eben aufgenommene Aufnahme direkt in Audacity anzeigen lassen. Er holt sozusagen nur die Audio-Spur heraus. In diesem Fall ist es eine Stereo-Spur. Das ist aber überhaupt nicht so schlimm. Deswegen gehen wir hier oben auf das Fallmenü der Spur und sagen Stereo zum Mono aufteilen und löschen einfach eine Spur. Und wenn wir noch ein paar Nachbearbeitungen machen müssen, wie zum Beispiel normalisieren oder wir müssen schneiden. Zum Beispiel ist der Anfang hier zu lang. Und das Ende. Und hier fängt zum Beispiel der zweite Zungenbrecher an, schneide ich ihn heraus, mache eine neue Spur in Mono, gehe ganz zurück und dann kann ich sozusagen das zweite Take hier rein kopieren und fertig ist die Geschichte und später als Buff-Datei abspeichern. Das war der Trick, falls den noch keiner kennen sollte. Das war es für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt mir einen Daumen, abonniert mich und in der nächsten Folge geht es ein bisschen hardware-technisch zu. Und zwar, wie wir mit günstigen Mitteln einen Plop-Schutz bauen. Bis dann. Tschüss.